Willkommen zurück zu Quake 1.5. Heute Episode 3, Nummer 7. Oh, The Haunted Horse. Gelingt. Verlockend. Da müssen wir gleich mal speichern. 48 Gegner, 4 Geheimnisse. Super. 60 FPS. Mal sehen wie lang. Aha. Hmm. Wollen wir direkt getroffen? Er ja auch. Gut, dann ist fair. Bitte? Ich höre Geräusche. Wieso bekomme ich hier alles... Wieso bekomme ich hier alles gratis? Wollen wir ganz kurz überlegen? Wie komme ich hier dran vorbei? Hm. Das sieht doch wieder aus wie... Da ist was Feines. Nein. Ja. Ich versuche gerade mal... ...hier vorzustellen. Verdammt! Wie es denn wäre, wenn ich da rüberspringen würde? Geht doch. Mal was wir wollen. Hör auf. Hör auf, hey. Okay. Das Geräusch klingt schon wieder ungünstig. Ja. Und ich weiß auch warum. Machen wir nochmal. Eieiei. Schon tödlich getroffen wurde ich. Ja, geht das vielleicht nicht, aber... ...schön in die Ecke manövriert. ...manövriert. Ungünstig. Das sind die... Hallo? Das sind die harten Varianten von The Feines. Wer jetzt also einschaltet... Okay. Selber schuld, sage ich da nur. So viel verpasst. Aber irgendwie auch super. Aber dann kannst du so viel nachholen, wenn du jungen... Oh, verdammt. Ich... Ich muss weg. Okay. Kommt der gleich ins Eck? Äh, nee. Der macht wahrscheinlich oben Pause. So viel zum Thema. Ich brenne. Ich brenne ganz leicht. Ja, drei Schüsschen. Vom leckeren... Ah. Sehr gut. Ja, dich sieht man leicht. Du bist nicht unsichtbar, junge Dame. Boah. Die Tür ist open. Ey, else wollen wir nicht. Wer schießt? Wer hat da geschossen? Darum. Nee. Hat nicht ganz gereicht. Das schon. Verdammt. Ja. Na? So, das wäre... Das wäre geschafft. Oh, ne. Kondition immer gut. Gibt es leider viel zu selten hier. Und der ist auch Dote. Dann war er das nicht mit den Granaten, oder? Äh, scheinbar doch. Wie? Kriegt der da oben rum? Das klingt... Das klang final. Alles klar. Hm. Na? Muss man natürlich prüfen. Bitte. Ja, tschüss. Was denn das für ein Depp? Boah. Der lebt. Wie? Nummer 5 lebt? Äh, nicht wirklich. Der ist in die Lava gesprungen. Und dann kommt er einfach wieder raus. Und dann kommt er hinter mir wieder... Was soll das? Tut das denn da gut? Halt es mal zuerst. Zack. Komm. Springt in die Lava und springt wieder raus. Also... Gut, das ist ein Teufelchen. Heißt ja Fiend. Und daher... Hm... Ja. Kann schon... Also ich glaub's. Ich glaub's auch langsam. Mal schauen, ob es darunter vielleicht doch was gibt. Ach. Immer nicht. Oder auch nie. Hab... Soll ich irgendwas vergessen? Übersehen? Negativ. Keine Geheimnisse entdeckt. Das ist natürlich traurig. Oh man, jetzt geht's gleich richtig rund, oder? Mit dem ist der Energie, finde ich gut. Banaden, ha? Nehm doch mal die Raketen. Hallo? Wo bist du das? Ach, der hat sich... Jetzt wäre er so Fiend da. Ja, ja, ich verstehe schon. Das ist wieder der... Ach ja, der Kollege. Explosieren Sie. Lebt immer noch. Aber nicht mehr lang. Und ist da gut. Da ist das Feuer wieder gerichtet. Genau den richtigen getroffen. Komm. Bin dir klar. Das war halbwegs gut. Denn ich brauch doch... Ich brauch doch den Körper. Intakt. Für meine Studien. Na nur. Oh, verdammt. Na. Nicht ruckeln. Hauf. Mann. Hau ab. Soll das hier? Bin ich verflucht? Ach so, die Haunted Halls sind das ja kein Wunder. Das sind Geister auf mich behaupten. Ah, du Hund. Wieso musst du dich auch rein teleportieren? Wieso müssen wir überhaupt teleportieren können? Was soll das denn? Tu das in der Hut. Was war das? So. Na? Ist ja irgendwo ein Geheimnischen. Und natürlich... Natürlich wieder nicht. Ich meine, die Karte ist relativ... Klein. Klein und... Oh. Über die Hälfte haben wir schon. Ne. Knapp die Hälfte. 24. Die Hälfte von 48. Aber ist auch... Kann man so und so sehen, sag ich mal. Oh Mann. Jetzt ist aber mal gut. Na, halt mal kurz. Neue Nacht Ammo. Aha. Ach ja, den hab ich auch noch. Mit dem großen Fallermann aus dem Sack. Ist was? Oder? Oh, er ist zerfallen. Flussisch. Und wenn du dann vor Ort machen willst. Oh nein. 어. 厉害 Mal. Nee. Hammer. Oh man. Was ist das? Jetzt mal wieder mit Tonen, wieder ausgefallen, klar, das übliche, wenn juckt's, Röstung, sehr gut. Nein. Ja, ich glaube, dem geht's nicht so gut. Der muss direkt, der muss direkt treffen, den Sack. Und der nächste Kettensegelmann ist ums Eck. Doors open elsewhere. Ich hab nichts anders... Aha! Aua! Oh, jetzt knallt mir noch der Deckel aufs Hirten. Na, immerhin. So, hier. Time-Dilation-Rune. Wow! So, jetzt kann ich hier schön... Ist immer nicht offen, okay. Jetzt haben wir... Wir haben viel Lebensenergie. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen... War das ein 50... Boah! 50er Block. Und wo geht's weiter? Ich hab's gedrückt, oder? Ist nicht gedrückt. Bitte? So. Ach Gott. Ja. Nein, 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 nein. Heiß, 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 heiß. Lass mich raus. Oh, ihr miesen... Ihr miesen Hunde. Der war kack, der Jagdmann war wieder am Start. Der kack, Mann. Boah. Nahkampf. Nahkampf-Raketen? Ganz schlecht. Ja, ja. Ja, wusste ich's doch. Hallo? Weg-Teleportiert? Ja, klar. Was auch sonst? Bleib stehen wie so ein Vollidiot. Bisschen Lebensenergie haben wir ja zum Glück. Wir haben uns aber ganz schön spitz auf Knopf gebaut. In der... ...Landschaft hier. So, einmal, zweimal... ...zwei Mal... ...okay. Okay. ...nach. So, dass sie deportiert mich nur weg. Kaum Lebensenergie, richtig geil. aber munition haben wir was beschwere ich mich überhaupt das schöne geräusch das schöne blubber geräusche wieder so bitte also auf zu ja so jetzt ist ja auf guck mich nicht so an ich habe dir nicht gesagt dass du sollst hier mich bekämpfen von der flieger der river kommt oder an der der kollege war so klar ich habe gesehen dass wir die die verdammten granaten ausgepackt hier mache ich gerne mal eine ausnahme das munition angeht aha wird es fallen über fallen nein Hallo? Ist er drin? Boah. War da oben wer? Nein. Ein ungünstiges... Das hängt schon wieder an mir dran. Immer auch dasselbe. Ich glaube, ich spinne. Das lassen wir mal schön hier stehen. So, wer will wieder Ärger machen? Boah. Ja. Schön gucken. Obwohl noch eine... Komm. Boah. Nein. Können wir das hier irgendwie umgehen? Das ist mir ein bisschen zu heikel hier. Zu heikel. Halt, Rüstung. Überlegen, überlegen, überlegen. War irgendwo eine Rüstung? Haben wir alle aufgenommen, oder? Oder haben wir die goldene Rüstung mitgenommen? Genehmt? Haben wir sie mitgenehmen? Nein? Gut. Halt, wo waren die? Ach, da am Eck. Verdammt. Natürlich haben wir sie mitgenehmt. Schwierig. Schwierig. Ich weiß nicht. Das... Könnte noch Ärger geben. Aber Raketenwerfer, denke ich mal, der dürfte es richten. Au. Hallo. Aber zum Glück haben sie sich hier gegenseitig so ein bisschen geschlachtet. Was ist das? Wieder so einer. So, der wäre weg. Das ist gar nicht wieder witzig. Ach nein. Nicht mein... Mein Freund. Mein Freund, der Drecksack. Ich hatte gerade 100% Energie. Es ist zum Kotzen mit dieser Scheiße. Oh, wieder in den Hintern geschossen bekommen. Toll, toll. Machen wir den gleich. Der Scheiß fehlt immer noch. Alter Latz, was ist denn hier los, Mann? Ich muss gegen zwei von diesen... ...Ratten-Gesichtern ran. Oh, wie ist das? Der ist tot. Komm, Granaten hoch. Da ist er schon. Beschissenes Kackfee. Weg bist du. Verschuldigung, nur 38. Das gibt's doch nicht. Oder war es 36? Ich hab's nicht... Ich hab's nicht so mit den Zahlen. Mir da wurscht. Hier wird's. 66. Junge, 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 Junge. Überdies. So, jetzt einfach nur hier der... ...der Wachtturm, Mann. Zwei von diesen beschissenen Ratten. Dazu noch die Granatwerfer-Typen nebendran. Damit man auch Ja aufs Maul bekommt. Ah. Ich muss schon die Karte öffnen. Wird Scheißding auf. Schon steht eine vor, oder? Wo? Oder wie? Na, so nicht. So... So nichts. Komm da rein. Aha. Okay. 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 Ach so. Gut. Damit hat man's wahrscheinlich, äh... ...leichter gehabt. Ich... Ich sehe das ein. Wo was zerfetzt. Was denn jetzt schon wieder? Verstehe ich nicht. Ist egal. Gut, dann... Zack, zack. Was haben wir jetzt? Drei von vieren. Dann wollen wir mal... ...sau was drin. Wahrscheinlich, oder? Wird doch nicht. Wie, das war's? Oh. Ach, das war... Okay, das war das letzte Aufgebot. Ja, dann kann ich mir das aber auch schenken. Und auch rein. Boah, man sieht halt nix. Man... ...sieht so viel. Ah. Nee. Wie soll ich jetzt... Egal. So. Was auch immer das... ...letzte Rätsel ist... ...scheißegal. Oh. Uuuh, sagt er. Falsche Richtung. Richtige Richtung. Ganz egal, wo die war. Die letzte Geschichte. Es interessiert mich nicht. Aha, warte mal. Aha. Ja, das war ja der schönste Hack, die der Kollege. Na, hier haben wir ein Schutzschild. Guckst du, doof, ne? Weg mal der Rübe. Stimmt, hier oben war das. Alles klar. Ja, ich denke, da geht noch eine. Aber war schon... War schon übel wieder. ...dieser verdammten... ...fliegenden Reaver. ...